Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man eine Fliese reparieren und somit auch ein Loch in den Fliesen zum Beispiel mit einem Reparaturset richtig ausbessern kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe bei meiner Fliese eine kleine Abplatzung und diese möchte ich jetzt dann mit so einem speziellen Reparaturset einmal reparieren. Das beste Ergebnis hätten wir aber natürlich, wenn wir so eine Fliese komplett austauschen würden. Dafür habe ich natürlich auch schon ein spezielles Video auf meinem Kanal erstellt. Zuerst einmal sollten wir unsere defekte Stelle auf jeden Fall mit einem einfachen Tuch etwas säubern, da diese einfach staubfrei, fettfrei und natürlich auch trocken sein muss. Im nächsten Schritt müssen wir die richtige Farbe für das Loch herausfinden. Bei mir sind die Fliesen relativ weiß, weswegen ich natürlich weiß mit hinzugebe. Und da sich das Ganze mischen lässt, werde ich auch noch diese Farbe hinzugeben, da ich ab und zu solche kleinen Farbstrukturen erkennen kann. Nun sollten wir aber erstmal unseren Schmelzer einschalten und den Knopf für ca. 20 Sekunden lang gedrückt halten, dass er hier oben auch ordentlich heiß wird. 20 Sekunden sind rum und jetzt scharbe ich mal hier vorsichtig von meinem weißen Wachs etwas ab. Und das abgeschabte kann ich jetzt nämlich auch schon in mein Loch hier einmal etwas hineingeben. Hier ist natürlich die große Kunst, dass wir auf jeden Fall die richtige Farbe schon ungefähr hinbekommen, weswegen ich in meinem Fall jetzt auch schon diese etwas mit rein mische. Und es ist auch noch wichtig, dass am Ende wirklich dieses Wachs etwas über die Fliese drüber steht, da es wir anschließend auch noch abhobeln müssen. Nach ca. 30 Sekunden ist unsere Masse normalerweise schon genug getrocknet, weswegen wir jetzt auch mal das Ganze, wie gesagt, mit dem Hobel so bearbeiten können, dass wir am Ende relativ bündig mit unseren Fliesen sind. Wichtig ist auch noch, dass wir den Hobel danach bitte immer sofort wieder dementsprechend von Wachs entfernen sollten. Jetzt könnten wir, falls nötig, noch mal letzte Farbanpassung machen oder z.B. auch leichte Strukturen hier noch reinbekommen und dann gerne einmal mit der anderen Seite, mit der flachen Seite von unserem Hobel das Ganze noch etwas verreiben bzw. auch besser reinmischen. Ich bin mit meiner Schadstelle aber auf jeden Fall zufrieden. Aus der Ferne kann man das Ganze kaum noch erkennen und jetzt sollten wir das Ganze einfach mal noch mit diesem Schwamm hier etwas säubern. Und somit haben wir nämlich auch schon so eine Fliese richtig repariert. Wenn du dir für zu Hause so ein Reparaturset zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und noch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.